Liebe Bürgerinnen und Bürger von Unterschleißheim, die Kommunalwahl geht in die Verlängerung, weil Stefan Grimmer den amtierenden Bürgermeister mit 35 Prozent in die Stichwahl zwingen konnte. Und jetzt geht es um die Stichwahl. Sie bekommen die Stimmzettel zugeschickt. Sie müssen sie nur noch ausfüllen und in den Briefkasten einwerfen. Und wenn es nach mir geht, mit Stefan Grimmer als Kandidat und künftiger Bürgermeister.